Als Kind, als ich nachts im Bett lag und mich einschlafen konnte, habe ich immer durch das Ohr, was auf dem Kissen lag, meinen Herzschlag gehört und habe aber nicht gewusst, dass es der Herzschlag ist und habe immer gedacht, dass es die Schritte von jemandem sind, der die Treppe zu meinem Kinderzimmer hochkommt. Und ich habe gedacht, ich könnte mich schützen, indem ich quasi alle Körperteile unter die Bettdecke ziehe und es durfte auf jeden Fall dann kein Loch, also nichts rausgucken, kein Fuß oder kein Knie, nichts und alles, was unter der Bettdecke war, war sicher und alles andere wäre nicht sicher gewesen, also vor der bösen Person, die die Treppe hochkommt, die in das Zimmer kommt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020